ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft battle season 4 hier bei pet smith mit allen das bedeutet jay, hardy, christian, sebastian, brammen und piet den piet genau danke warte warte du schreibst unten irgendwie 3 2 1 go ja peter ja genau so 1 start okay dann oh what the f dat kann nicht sein dat kann nicht wahr sein ohne spaß what the fucking hell ist da grad passiert boah könnt ihr euch nicht geben ohne spaß ohne spaß fick dich ey ohne spaß dieser scheißhurenzombie ja was ist das denn für eine falle ey ja leck mir doch die eier respawn lol im ernst ich geh mal kurz in den loserslaunch fick mich hart ey ohne spaß wer hätte das denn wer hätte das gedacht so was wenn es ok bar game mode ja alles klar dann loll achso loll er hat es geschrieben oh mein gott wie ich mich gefreut habe oh gott wie peinlich wie peinlich wie ich mich gefreut habe oh nein das oh gott ich habe jetzt im ernst gedacht er wäre schon drauf gegangen oh man okay ich bin nicht der dümmste dieser welt moment war der wirklich jetzt haffeln wir was wirklich slain der hat das nicht geschrieben der ist wirklich gestorben das ist klar ich muss schon mal nicht die loserslaunch kommentieren was macht ich bin grad irgendwie sprachlos ich kann in dem zimmer nebenan auch rumschreien und wie bekloppten cybern hat vielleicht schon einen kleinen vorteil immerhin kühe äh schuhe zack die nehmen wir natürlich mit lol nicht im ja hab ich das richtig gelesen das christian nee oder das ist der richtige zu das hat er nicht geschrieben alles klar ja komm schon nee du gehst weg der bram ist schon tot what the fuck aber wir werden äh LOL LOL jetzt nicht im ernst das ist kein chat gewesen oh mein god bram ist schon raus das ist ja der hammer okay ja das ist natürlich fail mein lieber bram würde ich sagen okay 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 das ist richtig fail das ist richtig fail ja bram ist in der wahrscheinlich jetzt schon in der loserslaunch da war die aufnahme extrem lang von ihm das muss man mal ganz einfach sagen ich werde mir jetzt mal ein paar mehr hühnchen mitnehmen denn das ja ja ich versuche witzig zu sein bei zombie schreiben wir das auch nochmal rein jetzt jetzt entweder denken jetzt ist wieder witzig das ist aber auch wieder unfassbar witzig ist hier irgendwo wer okay hui arschloch so weg mit dir penner so was haben wir denn da rüsten wir uns doch mal hier direkt aus zack komm schon hui ich kann nicht fliegen und jay keine rechte geben wieso solltest du denn jay rechte geben hier hast du die ganzen häuser und so weißt du ohne spaß an dieser stelle tim und jommy ja alles wichser ich bau voll die fallen da rein weißt du da freust du dich mega darüber dass du dieses scheiß haus gekriegt hast und dann spawnt da ein zombie nach dem anderen drin das ist aber nicht ganz so awesome hier wo war lol lol habt ihr das gesehen hier fiel gerade die spinne vorbei wtf oh ganz schön tief hier boah da kann ich ja richtig weg gepustet werden du du mit du Untertitelung des ZDF für funk, 2017